Das kriegt man auch da vorne jetzt, das heißt Superhelden, der Intarra. Ach toll, ist das eine totale Orgwimmer, die du hier produziert hast. Ey, wo haben wir den Toggestand eigentlich? Da. Hier um die Ecke, ne? Da, um die Ecke, genau. Also, wenn ihr Lust habt auf Musik von Tom Lehl, und das habt ihr mit Sicherheit, dann geht mal da rüber zu unserem Toggestand und da könnt ihr nämlich die CD kaufen. Und natürlich auch noch unterschreiben lassen von denen. Ja, natürlich, selbstverständlich. Genau, so, dann würde ich sagen, danke, wir haben nämlich keine Zeit mehr ansonsten. Aber einen fitten Applaus bekommst du noch, Tom. Vielen, vielen Dank. Danke. Und Tschüssi. Tschüss. Ciao.